Wer mein Fleisch nicht will, der soll mein Fleisch nicht bekommen. Ich wusste nicht mit dem Fleisch spielen. Also, wir können aber noch Köder herstellen. Hier ist noch irgendwo ein Lootbeutelchen. Später gibt es dann auch noch eine Fähigkeit, dass man diese Lootbeutelchen auch in der... Ich will nicht sagen Röntgen, aber ich weiß, was es ist. Ob ich diesen Röntgenblick sehen kann. Mal Zeit. Kann man hier schon reiten? Auf den größeren Tieren kann man später auch reiten. Das heißt später, so lange wird es gar nicht mehr dauern bis zu unserem ersten Säbelzahntiger oder Bären. Können wir jetzt schon zähmen. Wüsste man dann halt gucken, wo Säbelzahntiger sind. Auch nicht mit meinen Sperren ab. Echt abgehauen mit meinen Sperren. Ich habe vergessen, Feuerstein und Tierhauten mitzunehmen, ich schlaumeier. Ich bin voll klug. Und meine Sperre da noch drin? Ne, unterwegs verloren. Können wir jetzt wieder einen bauen zumindest? Ne, Feuerstein. Ich sag ja, größere Taschen. Das ist so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, dann müssen wir hier mal eben wieder den Eingang suchen. Oh, hier ist doch ein Weg, ein Weg ist immer gut. Oh, fuck. Alter, hör auf! Uff, boah! Alter! So eine... Ihr könnt euch sicherlich denken, was ich sagen will. Verdammt! Ich bist ein Kerl. Ich wollte, glaube ich. Ich bin doch gar nicht raus. Wenn diese Höhle finden, will ich mich noch irgendwo... Also das ist ganz entscheidend. Ich weiß noch nicht mehr genau wo. Oder mussten wir das durchschwimmen? Was ist das? So, da haben wir auch schon mal einen Jaguar gezähmt. Gut. Ach, das habe ich doch irgendwie gesucht. Die Kletterkralle. Ich werde die wichtig. Ja. 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 Nur für jeden Fall, dass wir den Loch gebrauchen können. Ah! Ich bin der Worte mit Onyx. Ja, hier drin kann ich mit der Bässe nicht agieren. Mit dem Feuerschlein können wir jetzt wieder einsperren mal eben machen. Ups, hoch! Alles mit den Höhenmalereien habe ich noch nicht so genau verstanden. So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden wieder. Da waren wir schon ein paar Mal. Also hier geht's nicht weiter. Na komm. Da ist doch extra ein Sprungpoint. Geht doch. Jetzt müssen wir nur die Wasserstelle wiederfinden, wo wir eben waren. So. Ach, Junge, du hübsst doch einfach da hoch, so. Äh, da waren wir schon. Oh Gott. Jetzt werden wieder alle Zeugen meines wahnsinnigen Orientierungssinnes. Jetzt, der ist ja schon legendär quasi. Also, der ist ja auch. Jetzt wird uns doch ein Bärchen. Ja, ich bin ein Tag. Wärten wir. Wärten wir. Wärten wir. Wärten wir uns. Also, wir waren hier doch schon x-mal, oder? Ja, Tierchen, du wirst nicht wundern, dass ich schon wieder da bin. Ich wundere mich auch. Oh, jetzt ein Häkchen, man. Oh, oh, was ist denn hier? Ah, fuh, guck mal. Mein Keul ist auch gleich weggebrannt. Du hast einen Häkchen, du hast einen Teutel. Weißt du, guck mal was. So. 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 Ja, und hier sind wie gesagt diese Jägerverstecke, aber da habe ich noch nicht so genau begriffen, wie das funktioniert. Das gucke ich mir irgendwann noch mal in Ruhe an. Jetzt schnappen wir uns erstmal hier den Mistvogel. Der meinte uns da an zu punkten. So, dann gucken wir, wo wir hier am geschicktesten rauskommen. Ja, da ist ja Wasser, ne? Ja, würde ich sagen, Survival! Ja, ach, wir haben einen Feuerstein. Wir brauchen auf jeden Fall noch Feuerstein. So, aber jetzt greifen wir uns erstmal den Vogel hier. Hat sie aber nicht alle. Hey, der sich für einbildet. Hey, Meister. Ja, ich rieche vielleicht ein bisschen streng aus Gründen. Schön. sag, 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 sag! Ja, sag, sag. Doch, sag, sag! sag, sag, sag. Einarmiger Bandit. So, dann kümmern wir uns mal um die Blutsteine von Oros. So, auf den können wir mal eben rufen, damit dieses rote Todesymbol da weggeht. So, Jaguar ist jetzt schon, wie gesagt, wir suchen als nächstes auf jeden Fall Säbelzahntiger. Bis dann, holen wir uns mit den Kollegen wieder ran hier. Guck mal, das ist jetzt schon. Fische. Fische, ich nehme. Petri, hi. Können wir den Nashörner schon zähmen? Nee, ne? Ich glaube, Nashörner können wir allgemein nicht zähmen. Nee. Kollege? Kann ich schwimmen? Oh, oh, oh. Ich bin hier zu mir. So, dann nehmen wir uns nochmal eben auf jeden Fall Feuersteine mit. Sollten wir welche haben. Feuersteine. Nehmen wir uns nochmal mit, was für uns noch? Tierhäute können wir nochmal mitnehmen. Aber Hartolz brauchen wir nicht mitnehmen, das holen wir uns dann. Aber Tierhäute haben wir aber gar keine da. Ja. So wirklich. Die lassen wir erstmal drin, die brauchen vielleicht um zu braun. Und hier denn? So. 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 Weiß, sagt er. Irgendwie, äh, bin ich jetzt aber auch vom Weg abgekommen, was sind denn meine Steine? In der Suche, die alten stehenden Brennersteine, ja. Aber die sind ja nicht dahin. Müssen hier irgendwo sein. Öben bin ich jetzt ein bisschen vom Weg abgekommen, leider. Oh, aber hier ist ein Säbelzahntigergebiet. Mal gucken, ob wir einen Säbelzahntiger kriegen. Einfach geradeaus. Oh, müssen wir uns zum Mitt verlassen, das wollen wir natürlich noch nicht. Wir gucken später am Säbelzahntiger, wir sind also schon im Missionsgebiet. Oh, da sind das die Markierungen für die Steine hier sicherlich. Oh, da steht ja wohl das. Ja, ich wollte hier eben auch wegbrennen. Wir gucken jetzt mal. Na, guai. Nichts. Natürlich nicht. Ja. Ja, Naja. Hä. Ha. 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 Von Oros. Ha. 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 jetzt aktuell gerade reizen. Jetzt müssen wir die scannen. Jetzt dürfen wir eigentlich nicht mehr im Missionsgebiet sein. Doch. Schade. Ach, ich muss nicht rein. Jetzt kommt die Nacht. So. 3-3-3. Andere Spiegel. Das war's. Was ist das? Was ist das? Entschuldigung. So. Mal schauen, wie viel amin kommt. Ich hasse meine laute Leertaste. Es tut mir leid. Entschuldigung. So. So, nochmal rein zu mir hier unten in der Hand. Ich hab wegen so Wasser raus, dass du kämpfen kannst und lang. So, das wird ja alle hin gekriegt. Sehr nice. So, komm, jetzt hast du ja auch noch Fleisch verdient. So, wir suchen uns doch eben die Hand. Irgendwo war hier eine Hand. So, dann brauchen wir erst noch drei Steine. Das ist noch was. So. Sperr wieder, zumindest zehn ein. Die sind gerade aus. So, wo sehe ich noch was Rotes? Akut hier gerade gar nicht. Drei. Und jetzt fehlt mir noch einer. Hier, dann. Da ist der vierte. So. Und jetzt ist der Kollege nämlich mit bei uns im Dorf. Dann müssen wir eben seine Hütte bauen. Gucken, ob das schon ausreicht. Ähm, Dorf. Tensei. Da fehlen uns noch. Oh Gott. Hä? Das ist ja gar nicht richtig. Das ist ja da. Hä? Ne. Ach, der ist noch gar nicht da. Der ist wohl noch am Weg. Weil dann müssen wir gleich mal gucken, was wir ihn für seine Hütte brauchen. Weil die möchte ich nämlich relativ als erstes. Ist er jetzt da? Nö. Naja, gut, wahrscheinlich muss ich erst mal hinlaufen. Wir laufen da auch mal eben hin. Ne. Erst mal gucken wir jetzt nach dem Zählzahntiger. Können wir hier noch irgendwas Großartiges gerade aufbauen? Handwerksfähigkeiten. Ne, das nutzen wir da auch noch nix. Da warten wir noch mit. Wir gucken jetzt mal eben schnell. Zwecks des Säbelzahntigers. Irgendwo mehr in die Nähe. Ne. So, dann reisen wir mal eben. Hier hin. Wir hauen uns ein bisschen aufs Ohr. Gute Nacht, du Armer. Gute Nacht. Vielen Dank.